Wie gesagt, wir haben es heute bekommen, heute aufgeschlagen. Ich bin auch froh, dass es diese lange Arbeit schon einen Ausdruck hat. Viele Menschen haben daran gearbeitet, sowohl die Vorbereitung natürlich, die Seminare, Webinare, Ausarbeitung von Themen, Ideen, alles mit eingeflossen. Ich bin der Verfasser, zum Teil Autor, aber es gibt viele unsichtbare Mitautoren an diesem Text. Viele Freunde und Gefährten, die inspiriert haben oder Ideen geliefert haben. Insofern ist es auch anders als die früheren. Für mich ist das ein Kollektivwerk, auch wenn ich das Sprachrohr bin. Das Buch spricht eher den Geist an, als den Verstand. Und dort, wo der Verstand auf dem Schlauch steht, heißt nicht, dass die Information nicht begriffen wurde. Oft ist das sogar genau so, wenn der Verstand auf dem Schlauch steht. Heißt das, dass es tiefer begriffen wurde, sonst würde er nicht zappeln. Null Resonanz, ein Ohr rein, das andere raus, dann zappelt er nicht. Er fängt an zu zappeln, das heißt, es ist reingegangen, die Information, die Botschaft, und begriffen worden. Aber der Verstand findet keine plausible Erklärung dafür. Und daher gibt es da ein bisschen Theater. Insofern ist das kein Indiz dafür, dass etwas falsch ist. Oft ist es ein Indiz dafür, dass alles richtig ist. Die Geheimnisse des Lebens sind offen und verborgen zugleich. Sie sind auf eine wunderbare Weise unsichtbar. Diese versteckte Schatzkammer und die Tür dahin befinden sich in deinem eigenen Bewusstsein, in einer Tiefe, die für den Verstand nur schwer erreichbar ist. Es gibt weder Schloss noch Riegel davor. Die Tür ist offen und dennoch kommt kaum einer in diesen verborgenen Winkel. Die Schatzkammer ist nicht versperrt, der Eintritt nicht verboten. Aber trotzdem ist der Mensch ein seltener Gast in seiner eigenen Tiefe. Woran liegt das? Nun, die Geheimnisse sind etwas Intimes. Auch die Geheimnisse des Lebens. Ein forschforschender Verstand kann diese winzigen, unbegrenzten, magischen Räume niemals entdecken. Einem machtbesessenen Manipulator wird keine Öffnung, keine Einladung zuteil. Ein neugieriger Tourist bekommt keine Zeichen, keinen sanften Sog zu spüren, keinen Wink. Ein reines Herz ist notwendig und auch das reicht nicht. Die Geheimnisse des Lebens sind Geschenke. Es gibt kein Recht darauf, sie zu erfahren. Es sind Offenbarungen, Darbietungen des Vertrauens. Von Herz zu Herz, von Auge zu Auge, von Bewusstsein zu Bewusstsein. Mein Freund, es ist wahr, in jedem Punkt des Raumes ist für dich eine Botschaft verborgen, eine Prophezeiung, ein Geschenk. Sei würdig, sie zu empfangen. Es gibt ja im Moment sehr viele Menschen, die sich so aufschwingen, uns zu erklären, was Leben ist, wie Leben geht. Kann man das nicht wirklich nur in sich selbst finden? Das kann man nur in sich selbst finden. Also sobald ich einem Lehrer folge, mache ich mich zum Schüler und werde mich zum Meistern? Automatisch, automatisch. Deswegen ist ein Begegnung unter Meistern immer fruchtbarer für beide Seiten als hierarchische Begegnung. Und das ist eine reine Haltung, das ist eine Einstellung. Es geht nicht darum, wer was weiß. In jedem Bereich weiß irgendeiner mehr als du. Oder irgendetwas kann jeder. Kann man auch sagen. Sondern das ist eine Grundhaltung. Und die Schülerschaft, die behindert die Meisterschaft. Sie führt nicht in die Meisterschaft. Das ist ein Denkfehler. Man versucht über gesteigerte, beschleunigte, bessere Schülerschaft, die Meisterschaft zu erlangen. Aber die Schülerschaft führt in die weitere Schülerschaft. Wie eine Diskussion in eine weitere Diskussion führt. Und nicht ins Klären. Argument gegen Argument. Beweis gegen Beweis. Und am Ende eines dreistündigen Gesprächs sind beide Seiten noch fester davon überzeugt, was sie eher schon wussten. Das ist eine Illusion, dass Diskussion klärt und die Schülerschaft Meister bringt. Was das Leben ist, ist deine Formel. Die ist nicht ländisch mit meiner. Denn wäre sie identisch mit meiner, wären wir keine Unikate. Dann wären wir keine Meister. Jedes Meister ist ein Unikum. Ein Unikat. Ein Original. Schüler sind ähnlich. Meister, alle anders. Also ist zwangsläufig deine Formel des Lebens eine andere als meine. Die sind ergänzend zueinander. Nicht im Widerspruch. Das ist der Unterschied zwischen der korrekten und inkorrekten Aussage. Das Gegenteil von der korrekten Aussage ist eine inkorrekte Aussage. Und das Gegenteil von einer tiefen Wahrheit ist eine weitere tiefe Wahrheit. Es gibt keinen leeren Raum. Der Raum ist ein komplexes, vielschichtiges Netzwerk von ineinander verschachtelten Trichtern oder Tori. Das ist Plural, Mehrzahl von Toros. Von pulsierenden Spiralen. Der Raum enthält das alles nicht. Er ist das vom Wesen her. Diese filigrammen, oszillierenden Strukturen, sind die mathematische Grundlage der Information. Wahre Mathematik ist etwas sehr Lebendiges. Sie ist durch und durch qualitativ. Nicht nur quantitativ, wie unsere veraltete Wissenschaft es gerne missversteht. Diese sieht die Zahl als ein rein quantitatives Phänomen. Sie reduziert jede Zahl auf ihren blanken Wert. Aber, stell dir diese einfache Frage. Warum sind die Eigenschaften der benachbarten chemischen Elemente so grundverschieden? Wodurch der einzige Unterschied die Anzahl von Protonen und Elektronen ist. Warum ist das Element mit der Nummer 35 ganz anders als das mit der Nummer 36? Warum ist die 78 dermaßen anders als die 79? 79, 79, jemand noch? Erinnerung? Gold. Die Antwort ist einfach. Weil verschiedene Zahlen an sich völlig unterschiedliche Qualitäten haben, was dann diverse Verdichtungsgeometrien ergibt und dadurch verschiedene Stoffe schafft. Der Raum ist voller lebendigen Zahlen, in Form von Geometrien und Proportionen, unendlich tief durch den fraktalen Aufbau. Es gibt keinerlei Limit bei der Vertiefung in den Raum hinein. Auch umgekehrt. Es gibt keine größte Größenordnung. Wie viele Stufen enthält diese Selbsterweiterung des Raumes? Mehr als uns lieb ist. In diesem Zusammenhang stellt dir bitte folgende Frage. Was lässt dich denken? Diese Skala der Größenordnungen wäre eine Gerade. Was ist, wenn ich sage, diese Linie bildet in Wirklichkeit einen gigantischen, metadimensionalen Kreis, eine Sphäre, oder genauer, einen Torus? Was ist, wenn ich dieses Urgeheimnis nochmal verrate, dass das Unendlich Große zugleich das Unendlich Kleine ist? Nicht philosophisch gesehen, sondern wirklich. Kurzum, der Raum als solches ist nicht nur fraktal aufgebaut. Er ist ein in sich geschlossenes Fraktalkonstrukt, unvorstellbarem Ausmaßes. Eine endlose Fraktalschleife begrüßen auch noch. Ich konnte immer noch leben. Ja, ich sage, genau das ist so. Ich weiß das. Es könnte von mir sein. Ich habe nur nicht... Es war vielleicht von dir. Wer sagt nicht, dass ich dich in der Nacht im Hyperraum nicht besucht habe. Und wir haben da ausgemacht. Pass auf, die Idee XY, ja. Es gibt eh kein Copyright. Ich bin noch nicht in der Lage, es so im Rollen zu kleiden. Ich auch nicht. Irgendetwas kann jeder. Heute und jetzt und wann. Ich weiß das alles. Und das kann auch gestätigen. Das ist gestärkt. Okay. Es war angenehm. Das war meine Empfindung. Und wenn ich so einen Brainfuck lese, ich denke, Mann, was hat er hier geschrieben? Also, aber es freut mich, ja. Ich mache jetzt einfach unsere... Alle haben es als absolut leicht und flüssig aufgenommen, ja. Es gibt keine Realität ohne Wahrnehmung der Realität. Ohne Beobachter gibt es nichts zu Beobachtendes. Dieser Beobachter, der zugleich auch Erschaffer ist, ist ursächlich für das Erschaffen jeder Realität. Diese Tatsache ist bei uns durch wissenschaftliche Verbildung ausgeblendet. Es gibt keine objektive Realität ohne Erschaffer, ohne Bewusstsein. Und dieses ist zugleich eine beobachtende Instanz. Wir als Menschen sind Teile dieses Bewusstseins. Individualisierte Teile. Zuerst als Selbster und dann auch als Personen. Die Realitäten werden also erschaffen oder geschrieben. Zu einem Zweck und für jemanden. Dies geschieht durch verschiedene schöpferische Wesenheiten. Wer können sie Demiurgen nennen? Man kann sich diese als formfreie Wesenheiten vorstellen, die mehr Bewusstsein als Form sind. Schöpferische Impulsgeber. Diese Demiurgen können sich ausdrücken und Formen bilden. Sie avatieren normalerweise als Götter. Können aber auch im weiteren Verlauf als Menschen inkarnieren. Also jeder Gott oder Regner ist ein Avatar vom Demiurgen. So wie Inkarnation vom Selbstabstand. So stammt jeder Regner oder Gott von einem Demiurgen ab. Bevor ein so großes Projekt wie die inkarnierte Menschheit auf einem bestimmten Planeten startet, gibt es eine große Planung. Daran sind diverse Wesenheiten beteiligt, um eine Realität, ein Betriebssystem der Wahrnehmung zu schreiben. Es gibt immer Auftraggeber oder Wesenheiten, für die das gemacht wird. Und die Matrizen, also Mehrzahl von Matrix, sind unterschiedlich für die Menschheit, Tierwelt, Pflanzenwelt, Engel und Dämonen, Götter, Regners, Planetenwesen und Sternenwesen. All die Matrizen greifen ineinander und überlappen sich. Es gibt immer eine tragende Schnittmenge, wo wir uns zu Kommunikationszwecken treffen, damit wir artenübergreifend handlungsfähig werden, einander warnen und miteinander agieren können. Der gesunde Teil der Matrix. Für jede Realität braucht man ein Betriebssystem, die Alpha-Matrix. Das wird im erwähnten Film unrichtig dargestellt, wonach Matrix grundsätzlich ein bösartiges System wäre, reine Software, vorgegaukeltes, was mit der realen Realität nichts zu tun hätte. An dieser Stelle wollen wir korrigieren, denn genau diese Vorstellung hat sich breit gemacht. Allerdings, wenn man Menschen fragt, die diesen Film gesehen und diese Idee aufgenommen haben, glaubst du denn wirklich, dass du in einer Konservendose liegst und alles, was du beobachtest, eine reine Simulation ist? Dann lautet die Antwort Nein. Nein, also keiner glaubt das. Zu Recht, denn es stimmt mit der Wahrheit nicht überein. Nochmal, die Alpha-Matrix besteht aus vielen Matrizen. Dein menschlicher Körper hat eine Matrix, genauso wie auch dein Geist eine hat. Sie ist eine tragende Struktur, ein Regelwerk. Jedes Spiel, jedes Ereignis, jeder Vorgang hat eine innere Struktur. Diese Alpha-Matrix, die unserer Realitätswahrnehmung zugrunde liegt, ist sinnvoll. Sie ist sogar unvermeidlich. Sonst würden alle Wesenheiten in einem ungeordneten Chaos ersaufen. Wichtig, die Matrix ist im Auftrag des kollektiven Bewusstseins der Menschheit erschaffen worden. Und wir nutzen sie. Also Menschheit war ein Auftraggeber, der Alpha-Matrix für die Menschheit. Es gibt also einen gesunden Teil der Matrix als notwendiges Betriebssystem auf diesem universellen Weltcomputer. Es gibt immer eine Art, wie man diese oder eine andere Realität wahrnehmen kann. Und diese Arten sind unterschiedlich für Maya, Prasmata und Aleon oder für den Raum, Hyperraum und Meta-Raum oder auch für die Zeit, Hyperzeit und Meta-Zeit. In der Atlantis-Zeit, sprich 17.000 bis 11.000 Jahre zurück, wurden einige Überbauten der Alpha-Matrix erschaffen. Das ist das, was ich als Beta-Matrix bezeichne. Diese Umprogrammierungen haben bestimmte Prinzipien eingeführt, die früher nicht im Bewusstsein der Menschheit vorhanden waren. Dies betraf auch die Hierarchie zwischen Göttern und Menschen. Der Prozess der allmählichen Abtrennung zwischen dem menschlichen Selbst und der menschlichen Person ist ein strategischer Vorgang und er hat einen Sinn. Das ist nicht an sich etwas Übles, was weggewischt werden sollte, sondern es hat den Zweck, eine gewisse Spannweite im menschlichen Wesen entstehen zu lassen. Eine Spannung zwischen Inhalt und Ausdruck, zwischen Wesenheit und Form, die man ja immer wieder erschafft. Auch dieser Vorgang ist absolut sinnvoll. Er ist einer der Motoren unserer Revolution. In diesem Prozess ist die Grundidee eingebaut und die Menschen sind bis jetzt konform damit, dass die Spannweite zwischen dir als Selbst und dir als Person immer größer wird. Das birgt in sich jedoch auch ein Risiko, und zwar, diese Kluft können fremde Wesenheiten für sich nutzen. Genau das ist passiert und die ersten Anläufe gab es bereits in der Atlantis-Zeit. Also Alpha-Matrix, Beta-Matrix, Alpha als Betriebssystem, Beta-Matrix als komplettes Software-Paket. Und da gibt es noch weitere Überbauten. Wir können spirituelle Matrix als Überbau von Beta-Matrix betrachten. Also Regelwerk über dem Regelwerk über dem Regelwerk. Das geht schon viel mehr ins Ethische, ins Moralische, ins Philosophische und so weiter. Ein paar Worte über meine geliebte spirituelle Matrix. Gott und das ewige Gesetz Die größte spirituelle Angst ist es, kein Koordinatensystem zu haben, keine objektive Realität, keine kosmische Liste von richtig und falsch, keine endgültige spirituelle Instanz, die für uns das Gute und das Böse definiert, kein ewiges Gesetz, kein Beton unter den Füßen. Das alles wollen wir unbedingt haben und das alles gibt es nicht. Wir brauchen aber den Glauben, es gäbe den Meisterplan und das ewige Gesetz. Das ist unser Halt, unser Anker. Es muss eine Liste von richtig und falsch geben. Wenn schon nicht von gut und böse, dann zumindest von richtig und falsch, die eine unbestrittene Instanz verfasst hat. Nun, Gott ist keine endgültige spirituelle Instanz, sondern ein spielendes kosmisches Kind. Und keine Realität ist jemals objektiv, sondern immer ein Wahrnehmungskonstrukt. Abgesehen davon, wir haben bald sowieso alles völlig anders sehen. Die Dichte ist fluide, das Fixe ist eine Option und selbst die Naturgesetze sind nur die Gewohnheiten der Schöpfung. Und schon schrumpft alles, wird löchrig und es ist kein Beton unter deinen Füßen, sondern nur bunte Luft. Davor haben wir Angst. Wir haben ein Bedürfnis nach einem grundlegenden Regelwerk, nach einem universellen Gesetz, nach einer weisen und gerechten Meta-Instanz. Dann wüssten wir, wie wir dran sind. Das ist ein sehr tiefes Bedürfnis, nach einem klaren Gegebensein. Wir pochen darauf, die Realität sei objektiv, weil wir Beten unter den Füßen brauchen. Das ist nicht einfach nur eine 3D-Angewohnheit, sondern eine spirituelle Sehnsucht. Selbst das kollektive Vorgaukeln all der Dinge rettet uns nicht von der kompletten Verantwortung für jede einzelne unserer Entscheidungen, besonders für die Entscheidung, nicht zu entscheiden, für das passive Laufen lassen, für das gehorsame Mitlaufen. Wir versuchen, uns aus dieser lästigen Verantwortung mit schlauen Fragen zu stehlen. Darf ich überhaupt so grundlegend durchgreifen? Ist die Arbeit am Betriebssystem der Schöpfung nicht einzig und allein Gott vorbehalten? Darf ich mich so gewaltig ermächtigen? Darf ich mich dermaßen erbreisten? Tja, diese Frage kann dir keiner beantworten. Es gibt keine äußere Instanz, die diese Entscheidung durchschwingt oder unterbindet. Für Gott Schöpfer ist diese Frage substanzlos. Es atmet durch die schöpferischen Taten alle dazu fähigen Wesen. Wir alle wissen, das Leben ist eine große Schule und auch dieser Planet ist eine große Schule. Manche halten das zwar für ein Gefängnis für irgendeine Seelen, die sich in höheren, lichteren Welten vergriffen haben und hierher verbannt wurden. Aber das klammere ich jetzt mal aus, weil das in Wirklichkeit ja eine Schule ist. Das wissen doch alle. Spaß beiseite. Das alles stimmt nicht. Aber wofür wurde diese kluge Schulnummer erdacht? Ganz einfach. Wenn das Leben eine sehr große Schule ist, dann sind wir sehr kleine Schüler. Logisch, oder? Sehr kleine Schüler in einer sehr großen Schule. Aber das Leben bringt doch einen Lerneffekt. Klar, in der Schule, im Beruf, in der Rente, immer und überall. Bloß, in dieser schlauen Schulanalogie sind wir ja noch nicht im Beruf. Wir müssen ja noch nichts leisten. Wir lernen ja noch. Ruhig, Kind, lernen, nicht denken. Information ist kein Wissen. Sie ist der Anfang vom Wissen. Was nicht in die Tat umgesetzt wurde, ist noch kein Wissen. Und damit hängt auch diese schlaue Haltung zusammen. Wenn wir die ganze Zeit nur lernen, dann proben wir ja noch. Das Leben ist ja also eine Generalprobe, eine Art Training. Es ist nicht echt. Es ist noch Übung. Keine Live-Sendung. Die Aufnahme kann man noch zurechtschneiden. Diese demütige Haltung erlaubt uns, nicht in die Tat zu kommen. Eine selbst erteilte Absolution für die ewige Untat. Leben für Leben in der sechsten Klasse. Klasse. Wir haben vorhin gesagt, das Leben wäre eine Lehre. Man sagt aber auch, das Leben ist ein Spiel. Ja. Das Prinzip ist gleich, aber das Spiel hat was auf verschiedenen Ebenen oder auch als verschiedene Personen, verschiedene Berufe und so weiter. Das sind zwei verschiedene Aussagen. Das Leben ist eine Schule und das Leben ist ein Spiel. Weil das Spiel kann auch von Erwachsenen gespielt werden. Die Schule wird nur von Kindern besucht. Und mit dem Spiel, da gehe ich absolut konform. Es ist auch ein großartiges Spiel. Die Schule habe ich insofern einen Pranger gestellt, weil das als eine Ausrede benutzt wird. Ganz unbewusst. Das Leben ist eine große Schule, die Erde ist eine Schule, also muss ich lernen, lernen, lernen. Der Schüler trifft noch keine Entscheidungen. Man bleibt in der Schulerschaft und landet nie in der Meisterschaft. Die schließen sich aus gegenseitig. Man kann nicht gleichzeitig das Bewusstsein des Schülers, des Lehrlings haben und die Meisterschaft erlangen. Die Meisterschaft beginnt damit, dass man die Schulerschaft ablegt. Nicht, weil man qualifiziert ist, nicht, weil man so viel oder so viel Wissen angesammelt hat, nicht, weil es besseres Wissen ist. Denn Wissen entsteht. Es werden hundert Jahre später Wissensbereiche da sein, die es noch nicht gab. Man kann nie alles wissen. Auch Gott kann nie alles wissen, weil das Wissen ja entsteht, wie alles andere auch. Es gibt niemals einen allwissenden Zustand. Und das betrifft die Meisterschaft. Wenn man einen Anspruch hat, durch ein bestimmtes Volumen an Wissen oder Fähigkeiten die Meisterschaft zu erlangen, wird man nie ans Ziel kommen. Sondern das ist eine Entscheidung, eine Ermächtigung. Ist man perfekt? Nein. Niemals. Du wirst besser. Aber das ist ein grundlegender innerer Schritt, zu sagen, alles gelernt. Es ist nie alles gelernt. Wenn du Eintritt in die Meisterschaft, das ist eine innere Entscheidung, geht es richtig los. Das Spiel und das Lernen. Lernen ist ein Kollateralschaden. Egal was du tust, lernst du. Man kann das nicht am Lernen festmachen. Spiel und Meisterschaft und raus aus der Schule. Da steht jemand vor dir, der jahrelang klüge Bücher las. Und du spürst diese leise Mischung aus Verzweiflung und Unverständnis im Hintergrund. Ich habe doch schon alles gemacht. Was soll das? Was soll ich noch tun? Wo ist die große Wandlung? Wann kommt der Durchbruch? Ich habe dies und jenes ausprobiert. Yoga und Zen Meditation. Ich habe Lehren gelernt, Seminare besucht und weisen Gurus zu gehört. Wo bleibt der verdammte Durchbruch? Wann kommt das Erwachen? Wann dreht die Erleuchtung ein? Erleuchtung ist ein sehr großes Wort. Und Durchbruch ist das Wort, das dieses Verlangen danach gut bezeichnet. Was ist, wenn ich sage, dass Erwachen ein virtuelles Konstrukt? Was bedeutet Erwacht? Leute, die auf der Straße laufen, halten sich für wach. Nun, ich sehe lauter Schlafwandler. Nur im Vergleich zu denen, die im Bett liegen, sind sie erwacht. Was ist, wenn ich sage, Erleuchtung ist eine Legende, die eine Denkrichtung namens Buddhismus um den ganzen Globus verteilt hat. Und dass es eine endgültige ultimative Erleuchtung gar nicht gibt, aus dem einfachen Grunde, dass der Gipfel gar nicht existiert. Jeder Gipfel ist immer nur eine Stufe. Ein klassisches Erwachen passiert in selten Ausnahmefällen. Und obwohl es dann tatsächlich ein gigantisches Erlebnis ist, ist das trotzdem nur eines der Höhepunkte einer langen Ereignis Serie, die sich über Jahre, Jahrzehnte und Leben erstreckt. Eine faszinierende Serie von Geistesblitzen, die dir ein Stück weg erleuchten und dann ist es wieder neblig oder stark dunkel. Irgendwann kommt der nächste Blitz und erleuchtet dir ein weiteres Stück weg. Also die Erleuchten gibt es nicht, dafür aber Erleuchtungen und darunter gibt es naturgemäß auch besonders schöne. Ein erwachsener Zustand existiert nicht. Ein fünfjähriges Kind hält ein 15-jähriges Kind für Erwachsen, weil sein Körper schon groß ist. Er sieht auch keinen großen Unterschied zwischen 15- und 30-Jährigen. Aus meiner Sicht ist es genau umgekehrt. Die beiden sind doch Kinder. Wenn wir das normale Leben betrachten, wann ist man erwachsen? Wenn man den Ausweis bekommt, den Führerschein, mit der Volljährigkeit oder mit dem ersten Sex, wenn man Kinder bekommt oder das Berufsleben anfängt, wenn man die erste Tragödie im Leben erlebt oder wenn der spirituelle Weg beginnt oder erst wenn die Enkelkinder kommen, wo ist das Erwachsen? Genau, überall. Was ich damit sagen will, wenn wir das Erwachen als Ziel vor Augen haben, sind wir oft auf dem Holzweg und wenn wir denken, das Aufräumen und sich Verbessern dahin führen, dann sind wir dazu verdammt Jahre und Jahrzehnte lang zu arbeiten und am Ende genau dieses Missverständnis und die Frustration zu ernten. Gott ist gut. 100% oder? Das wissen doch alle. Gott ist gut. Wie denn sonst? Ich sage, Gott ist jenseits von Gut und Böse. Wäre Gott gut, wäre er nicht ganz. Wäre es nur gut, wäre es eben nicht allumfassend. Es ist aber allumfassend. Die simpelste Offensichtlichkeit entweder gut oder alles was ist. Entweder Gott ist Liebe oder Gott ist alles. All die Ausflüchte der überflüssigen Gottverteidiger aus ihrer moralischen Klemme klingen nach Kindergarten. Gott hat ja nur Liebe gemacht, aber böse Menschen oder böse Satan. Wer bitte hat den Satan erschaffen, wenn nicht Gott? Ups. Eine alte anthropomorphische Vorstellung von Gott als eine Art Überperson, als etwas definiertes, sich im Raum befinden, moralisches, parteisches, verleitet uns in diesen offensichtlichen Denkfehler. Also, es gibt keinen Boss. Wir wollen bloß einen Boss haben, denn der Boss trägt ja die Verantwortung. Das ist ja das Schöne am großen Boss. Der Mensch befindet sich am Anfang jeder Inkarnation in einer puren Transformation. Das Kind was macht es? Es baut seine Persönlichkeit kreativ und bewusst auf. Es hat tausende von Wirkfaktoren. Eltern sind nur eine Sparta davon. Es gibt auch Freunde, Schule, Kino und so weiter. Es gibt verschiedene Einflüsse und das Kind wählt. Das will ich haben, das will ich haben. Und das steht mir nicht. Also nehme ich lieber das andere. Und das hier muss ich ausprobieren. Jedes Kind baut kreativ seine Persönlichkeit, seinen Intellekt, seine Psyche und seinen Körper. Und dieser ganz natürliche Transformationsprozess dauert Jahre, bis das Kind endlich erwachsen wird. Dann tritt die Phase ein, wo der Mensch sagt, so, jetzt bin ich fertig. Fertsch. Ich habe mein Gefährt gebaut, es ist breit, Halleluja, oder besser, Lualea. Jetzt fahre ich damit durch das Leben, da warten Geschenke auf mich. Und los geht's. Der junge Mensch fährt los. er benutzt sein Vehikel, das er in jahrelanger Arbeit zusammengeschustert hat. Und es funktioniert. Also, warum dann aufs Neue das Fahrrad erfinden? 20 Jahre später hat er die Tatsache längst vergessen, dass er sich selbst kreativ in einem Transformationsprozess gebaut hat. Er sagt, ich bin halt so. Als wäre das ein Naturgesetz. Kurzum, es gibt zwei Phasen. Bauphase und Nutzungsphase. Und in diesem Nutzen des eigenen Fahrzeugs stecken die meisten Zeitgenossen bis zur Rente und dann bis zum Sarg. Sich selbst fleißig nutzend und benutzend. Das Haus abbezahlt, die ganze Lebenszeit durchgeackert, mehrfach versichert gestorben, das nennt man doch hierzulande ein gelungenes Leben. Frage, wo bleibt die Phase 3? Es gab doch eine These Bauphase. Es gab eine Antithese Nutzungsphase. Wo bleibt denn die Synthese? Ups, was ist bitte Synthese? Was ist zum Kuckuck die Phase 3? Die Phase 3 heißt in eine neue Entwicklungsstufe eintreten. Manche Dinge weglassen, viele neue erfinden, wieder Kind werden. Das heißt, nicht wieder in die Windeln machen, sondern sich immer wieder neu definieren. Und das als ein natürlicher Dauerzustand. Und nicht mehr auf gut Glück, wie die Kinder das oft machen, aber mit Begeisterung, mit Freude, mit Neugierde auf sich selbst vernurken. Und lass uns dabei dreigleisig fahren. Transformation als geistiger, als seelischer und auch als leidlicher Prozess. Ja, das ist auch etwas, was oft blockiert. Es ist so kompliziert, so kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Es ist für den Verstand kompliziert. Es ist einfach. Es ist das, was jedes Wesen kennt. Begreifst du es, sagst du es, ja, genau so ist es. Warum sagst du genau so ist es? Woher kommt die Gewissheit? Weil du es weißt, aber nicht hier. Hier hast du Worte bekommen, die jemand ausgesprochen hat. Das ist nun ein Code, nun Link dahin. Aber das Wissen ist in dir. Deswegen kannst du überhaupt sagen, stimmt. Genau, habe ich gewusst. Genauso, jemand hat jetzt ausgesprochen. Ja, weil das nicht mein Wissen ist, nicht dein Wissen, ist einfach ein Wissen. Es gibt kein Copyright darauf. Es sind einfach Phänomene, Wahrheiten. Jeder hat einen Zugang dazu. Und wenn der Verstand streikt, ist unangenehm. Aber der Verstand ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf. Man kann wirklich trainieren, also nicht als verrückter Onkel abtun, der auf der rechten Schulter sitzt und jemand dazwischen fasselt. Es ist ein wertvoller Mitarbeiter im Team. Ja, das ist ein Team. Und das ist eine bestimmte Funktionalität. Und er ist sehr stark mit der Sprache verbunden. Sein Job ist verarbeiten. Informationen, die reinkommen, in Sprache übersetzen. Und wenn in der Sprache schon nicht mal gegeben ist, Begriffe fehlen, Zusammenhänge fehlen, er kann das gar nicht verarbeiten. Ist nicht drin. Also Leerlauf oder Widerstand. Man kann nicht davon ausgehen, dass der Verstand das alles verpackt und packt. Gar nicht. Aber Paradoxie lernt. Beobachten lernt. Du musst nicht gleich live mir alles übersetzen. Lass es sitzen. Er lernt. Und dann steigt er wieder ein. Oh Moment, ich muss ja was machen. Das ist so und so aber dagegen oder dafür noch dazu war. Ist okay, ist gut. Einfach aufnehmen. Dann lernt den Unterschied zwischen dem Computer und dem Quanten Computer nicht null oder eins sondern zusammen. Paradoxie. Er lernt viel höhere höheres Tempo der Infoverarbeitung und dennoch bei manchen Prozessen ist es absolut unbrauchbar und hinderlich. Wenn du zum Beispiel Lichtsprache machst ich habe da angerissen das Thema Istral hier ist viel erklärt im Buch wie man mit Licht durch Licht als Licht kommuniziert und ich meine jetzt nicht das sichtbare Licht sondern das Licht hinter dem Licht das Istral und wenn wenn du Licht Kommunikation betreibst mit einem Phänomen oder mit dem Hologramm der Schöpfung selbst man kann es sehen man kann es mit dem ersten Auge sehen und mit den physischen Augen auch sehen ich behaupte ich behaupte sogar jedes Auge sieht das aber es wird vom Verstand weg zensiert es wird nicht registriert dass das Auge das sieht weil Fokus woanders liegt oder weil man erwartet das Sehen woanders du erwartest dass etwas sichtbar wird Istral oder Äther in dieser Frequenz wo du alles siehst es wird aber nicht so gesehen nicht hier gesehen ja hier aber nicht so am falschen Stelle erwarten und so ist auch mit dem Verstand er erwartet da etwas und hier wenn diese Licht Kommunikation beginnt und du siehst das ist Rall es wird glänzend das Licht das Hologram wird einfach glänzend und es bilden sich Portale an jeder Stelle kannst du dir ein Portal erstellen im Raum du siehst die Intelligenz des Raumes oder der Umaterie an sich des Holograms und dann läuft diese Kommunikation und das ist etwas sehr Natürliches es ist Lichtgeschwindigkeit du spürst die Informationsmengen sind und Größenordnungen der normalen Wortkommunikation überlegen gigantische Informationsmengen im Licht Torus Wirbel Infos du kannst es steuern du kannst es mit dem Ton steuern nur mit dem Blick steuern kombinieren mit Körper halten und da siehst du das läuft es funktioniert das weißt du ganz genau es ist eine Gewissheit da das weißt du als Geist oder im Geiste als das Selbst dieses Wissen ist tiefer höher gewisser grundlegender als das Wissen des Verstandes und hier hat Verstand nichts zu sagen null so eine große Spanne zwischen seinen Kapazitäten und dieser Kapazität die du ganz natürlich produzierst dass er hier einfach nichts zu sagen hat das ist absolut nicht sein Bereich kann einfach nur beobachten es ist schon ein Team also es ist also nicht nur was Coa sagt sondern wir leben das ja und wir sehen wie genial das ist wenn einer von uns so richtig auspackt und seine einen Schritt in den Raum durch Licht gibt und das ist spürbar und sichtbar und sehr begründet es ist nicht nur sichtbar sondern auch fühlbar ist also dass vor allem viele Frauen am Anfang die beste Punkte finden durch das Spüren meistens schließen wir die Augen und wir sehen das dritte Auge das Licht die Geogetreten die Qualität im Raum und darüber können wir aber auch dann wieder ganz bewusst die Augen öffnen und sehen mit dem Blick kannst du das Licht steuern und Informationen im Licht steuern mit dem Blick besser als mit allem anderen am Ende kannst du sogar alles Ton weglassen Körper Arbeit weglassen allein mit dem Blick in die Fraktale einsteigen und Sachen dort regeln im Licht innerhalb des Lichts in die Fraktale einsteigen und das sind unterschiedliche Phänomene und du kannst das mit dem Blick wie mit der Hand regeln managen steuern das Licht und die Informationen die Phänomene darin das ist ein Code das ist Quellcode von allem das ist eine Formel aber das ist nicht digital an sich sondern wirklich sehr emotional also über unser Herz können wir das sehr gut erreichen letzten Endes kannst du nicht ohne seelische Intensität das zustande bringen das geht gar nicht das ist kein geistiger Prozess das ist voller Einsatz sich komplett ganz in die Waagschale werfen nur so funktioniert das auch weil von der Schöpfung oder von Regnag Gott oder Sol Sie können gar nicht anders Sie hören dich gar nicht wenn du nicht intensiv bist das ist wie lautlos da kannst du zappeln wie du willst wenn keine Intensität das Ganze trägt wird das überhaupt nicht aufgenommen mehr noch wenn das von einer reinen nicht manipulativen absoluten Intensität getragen wird wird das oft automatisch aufgenommen ohne Abgleich passt nicht passt sondern die Intensität ist der Beweis dass es richtig ist blauwarm hört keiner hin die Gebete werden nicht erhört seien sind inbrünstig aber dieses gib mir bitte da hört keiner hin jeder kann das man kann sogar ansteigen bevor du siehst man kann ich kann sogar sehen zum Beispiel der Mensch sagt ich sehe mein Licht nicht aber ich sehe sein Licht oder ich sehe dass du mein Licht siehst unabhängig davon ob dein Verstand das jetzt wegfiltert oder nicht man kann sehen am Licht deine Augen ob du siehst ob deine Augen es sehen und der Verstand sagt nein 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 ist nichts ist nichts also kann man im Umkehrschluss anfangen so zu kommunizieren mit der Schöpfung mit dem Hologramm ohne dass du siehst blind sozusagen wissen dass das Auge sieht ist ganz einfach du produzierst Licht sowieso die ganze Zeit jeder hat Licht ein unikates Licht viel unikaler als Fingerabdruck absolut eigene Licht Signatur und wenn du anfängst das Licht zu sehen ist sofort zehnmal stärker wenn du an das Licht nur denkst und das Hologramm der Schöpfung an die Kommunikation wird das Licht sofort stärker wenn du einen siehst der ein starkes Licht hat wird dein Licht sofort stärker das kann man sehen und dann kannst du anfangen zu kommunizieren im Licht mit Licht Sprache nicht mit der gesprochenen Sprache einfach einen Ton in das erste Auge hinein Ton Klang ist Licht sehr niedrig schwingendes Licht und Licht ist ein sehr hoch schwingender Ton also machst du Zoomen ist eigentlich Licht schicken in das erste Auge und gleichzeitig erzeugst du mehr Licht und du kannst hier non lokal fahren das heißt Licht nicht hier erzeugen sondern dort oder Koordinate eingeben verständlich wie groß soll es sein soll es nur mich sein oder den Raum füllen oder dort stärker sein steuerbar man kann sehen und bevor du es registrierst dass du es siehst kannst du es trotzdem machen und du kannst mit der Schöpfung so kommunizieren so sprechen wissen dass deine Lichtsprache verstanden wird es wird verstanden auf dieser Sprache basieren alle Prozesse auch DNA ist ein Licht Doppel Helix mit DNA kannst du mit Lichtsprache sprechen und mit normaler Sprache sprechen du kannst mit deiner DNA so sprechen sie versteht ist kein Witz DNA ist Sprache DNA ist ein Sprachcode es ist Lexisch es ist ein Syntax drin es ist ein Text es ist ein Buch ein intelligentes Buch das denkt hört sich verwandelt und auch dich hören und verstehen kann es ist kein Gag es ist keine Analogie keine Metapher ist alles da wir nutzen es wenig weil wir so auf die Verifizierbarkeit stehen wo ist der Beweis dass es funktioniert aber wenn du einsteigst und anfängst ganz normale simple Wunder zu produzieren die dein Geburtsrecht sind wirst du immer wieder Feedback bekommen dass das funktioniert nicht jedes Mal aber jedes Zehnte du kannst auch was großräumiges machen für die Welt und ab und zu kannst du in der Presse nachlesen dass es funktioniert hat nicht immer aber immer wieder es liegt noch vieles brach weil wir denken wir können es noch nicht und das ist ein Druckschluss da ist ein Riesenklub zwischen dem Potential zwischen dem was jetzt schon möglich ist einen guten Löten und dem was gemacht wird es ist viel mehr drin Luft nach oben ohne Ende es will nur gemacht werden die Schöpfung stöhnt und sagt na wann wann kommen sie wann erinnern sie sich dass sie vom Gott Schöpfer eines Lichtes sind wann erinnern sie dass sie Schöpfer sind wieso überlassen sie das Feld nur Regners und Engel und Dämonen die wartet sehnsüchtig auf die Heimkehr des Menschen als Schöpfer bei Gott und Dämonen